Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist der ExtraBlack4K, yo, wir sind immer noch in der schädige Hütte, wir sind schon vorerstoßen, Actionbarien noch drin, oh, da geht ja noch rum, so, dann gehen wir mal weiter, ähm, ich gehe mal noch unter der Treppe mal nach, jetzt habe ich ja so viel Glück und es ist doppelte Informationen da, nö? Oh, nein, die Kippen weggeraucht. Hey Jungs, das ist doch nicht echt, ich meine, die Uhr läuft locker. Bin dabei, ist ein Spezialteil, kann Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe, ist nur ein Wolkenesch. Wir hören das hier andauernd. Ein weißes Signal, das von der Sturmband abheilt. Hey, hört euch den Streber an. Ah, steht's im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Eindruckend. Ach, naja, also, das haben jetzt sie gesagt. Ich sehe, sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheißnaiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. im Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich... ich hab's getan. Schluss jetzt! Wir klären das später! An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Scheiße! Geht der Gott! So viel zurück in der Tür. Und jetzt? Verdammt! Wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los! Ihr zwei geht. Ich geb euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt! Haut ab! Er hat recht. Los, komm! Ja, ich bin aufgrund von Informationen. Hier gibt's. Hier gibt's Informationen. Äh, ne. Äh, ne. Äh, ne. Äh, ne. Ich glaube mal, da gibt's die Namen. Äh, ne. Äh, ne. Äh, ne. Äh, ne. Gibt's, 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 okay. Ah, ich mach mal da. Tango erledigt! Okay, dann bist du das hin. Start los! Rekos! Lade nach! Ah, da kommt doch schon Tango! Oh, ich mach mal. Oh, ich mach mal. Ja, ja, ja. Das ist ruhig. Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. Wir warten schon auf euch. Wir haben versucht! In der Türke! In der Türke! Was ist das? Bewegt sich! Vorsicht! Worte! Schau! Haftgeladen! Schau! Unterwegs! Ich kann dir helfen, Boss! Nimm mir ein Ziel! Schau! Er ist ungedeckt! Ich kann dir helfen, Boss! Ich kann dir helfen, Boss! Jetzt ist aber Haarekia! Wir können nicht vorziehen, Boss! Auf der Treppe! Verwirrt sich, Boss! Nehmt die Treppe links von euch! Nehmt die Treppe links von euch! Wollen wir auf! Ich danke dir! Wir schau dir auf! Wir haben einen Ziel! Wollen wir auf das? Komm, 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 raus! Komm, komm, komm! Wollen wir auf! Wollen wir auf! Wollen wir auf! Wollen wir auf! Wollen wir uns nach? Wollen wir uns? Wollen wir uns nach? Da kommt eine Schraubfläte! Rechts! Seht uns am Weg! Gern geschehen! Geht mit Deckung! Bekommt Versterbfurt! Kappenera! Mit einem Messer! Hört! Nehmen wir die Arschlüsse vom Hals! Hört! Hört! Verdammt noch mal! Kappen! Hört! 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 Los! Lass ihn an, Adams. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing deinen Arsch her! Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Bekommen sie. Bin unterwegs. Nicht auf mich ziehen, ja? Komm, komm, komm! Die Zeit ist knapp, Lugo. Lugo, schwing deinen Schandstoff dran. Lugo, schwing dich. Lugo, schwing dich. Lade nach. Auf der Knoche, auf der Knoche. Lugo, schwing dich rein. Lugo, schwing dich. Lugo, schwing dich. Lugo, schwing dich. Die Kerne da liegen, erledigt sie. Oh, ja. Lugo, schwing dich mit dem Scheiß, die gegen den Zild. Ja, ja, ja. Los, verdammt, verdammt! Hinter mir! Die Knochen hinter mir! Gib mir Deckung, verdammt! Scheiße, die sind überall! Und jetzt? Die Knochen hinter mir! Die Knochen hinter mir! Kein weiter beim Pool, Alice! Was? Ja! Dann sehen, was die Kanone gelobt hat! Das ist die Anlage, wenn man die weiß, bringt sie ja! Gut, fest drücken! Das war's für heute. Ganz wieder mal, Spoker! Die Räge Weichsatzkörbombe! Die Räge Weichsatzkörbombe! Die Räge Weichsatzkörbombe! Die Räge! Oh Gott! Hast du was schon mal gesehen? Nein, aber Cochran! Ich hoffe, er hat aufgepasst! Adams! Schaff uns hier weg, verdammt! Ja, Sir! Shit! Was ist? Wir kriegen Besuch! Hili! Ah, da wär' ich hier geschmockelt! Hier ist jetzt geschmockelt! Kontrollfunk erreicht! Moment! Hier stimmt was nicht! So! Hiermit werde ich wieder mal einen Cut setzen! Ja, ich weiß, dass es fies jetzt gerade, wo es richtig abgeht, mit dem Deckenrohr hier durchzuschießen! Ich bin euer ExtraBlack4K! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ciao, ciao!